Ja und ein Goldnugget habt euch rausgekriegt bei den esslichen Iron Spikes Dinger. 32 Goldnuggets und 16 Gold, äh, goldene Karotten. Ja. Äh, mein ME kommt gar nicht mehr klar. Und das ist ein Giant. Warum nimmt der noch? Alter. Ich habe gerade alle Effekte. Ich habe hier die reinste Effekte-Party. Oh fuck, ich muss mich bewegen. Mal gucken. Das ist glaube ich etwas, was ich nicht entgehen kann, wenn er wirklich kommt. Ja und er kam. Hä, wo wandern denn die Chunks jetzt hier hin? Ich bin an etwas unaufhaltsam gestorben. Und das ist was gewesen? Äh, wie hieß er noch gleich? Ich... Warte, ich kann gleich sagen, wie ist der... Herobrine? Äh, Specter of Death. Okay. Sagt mir nichts. Der ist aus, äh... Extra Utilities ist der raus. Okay. Sechs. Sieben. Was ist der Importer? Da müssen wir das dort reinmachen. So. Ja, jetzt, äh. Jetzt macht er mir die Dinger endlich. Hallo, läuft's noch? Wo gehen die hin? Hallo? Nein. 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 Alter, die Kiste läuft über. Äh. Oh, lol. Jetzt ist das eine Ding, das ausgelöst. Äh. Dann weiß ich, was ich mir jetzt baue. Wireless Crafting Monitor. Einmal das. Dann... Was ist das? Wireless Grid. Brauche ich nicht. Printed Silicone. Redstone. Und das. Äh. Müsste das hier gewesen sein. Redstone. Und dieses. Ich hab deine Plattform übrigens ein bisschen verändert. Ist ein Loch, oder? Ne, die steht jetzt auf dem Kopf. Oh, lol. Naja, möchten wir hoffen, dass da keiner mehr ran muss die nächste Zeit. Ich hab halt Interception als, äh, Dings bekommen. Als eins der Events. Ja, zur Not einfach wieder unten eine Plattform bauen. Aber halt eine, wo man auch hinlaufen kann wegen... Du weißt schon. Mhm. Falls man ohne Jetpack zurückkehrt. So. Das Crafting Terminal hab ich jetzt, äh. Das muss ich jetzt noch irgendwie verbinden, ne. Aber wie? Wie mach ich das? Da brauch ich doch auch was Bestimmtes. Was? So, Pascal. Wir könnten jetzt... Ja, warte. Ich... Oh, ich hatte grad dasselbe Event wie du, Ike, und wann du gestorben bist. Ich öffne grad unsere Chance Cubes online. No, ist kein gutes Event. 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 Da brauch man das... Ähm, Pascal? Ja? Kann es sein, dass ich unser Energiespeicher aus Versehen geleert habe? Nein, es kann sein, dass ich den um einiges geupgradet habe. So, in zwei bis drei Tiers. Dann ist ja gut. Der kann ein paar Milliarden speichern. Billiarden. Nee, Milliarden. Alter Melvin. Ich kann jetzt beinahe wegen dem seltsamen, gechisselten Zeug nicht mehr aus dem Portal raus. Hallo, Pascal. Hallo. Das muss man eben das Inventar lernen. Das wird gebetert. Ähm, hast du... wird das hier ein Reaktor? Oh, wie, was? Äh, ja, wird das hier. Dafür brauchen wir das Eisen. Ach so. Das sind die Größe, die wir bauen müssen. Für eine der Quests. Müssen? Ja, für eine der Quests. Äh, was brauch ich dazu? Mit Diamantblöcken gekühlt. Wir müssen den mit Diamantblöcken kühlen oder müssen wir den nur generell kühlen? Mit Diamantblöcken. Schade, könnten wir vielleicht das bessere nehmen sollen. Äh, ich würde Gaia starten, also alle Leute, die fliegen, zum Boden bitte. Ja, das bin ich. Ich bin am Boden. Äh, CO2, du weißt nicht zufälligerweise, was ich brauche, um mit dem Wireless Crafting Monitor unterwegs zu sein, weil... Äh, du musst den Rechtsklicken auf den Controller, aber der hat nicht unendlich Reichweite, der hat nur eine ganz geringe Reichweite, wie du auch nicht wirklich größern kannst. Naja, Hauptsache ich komm unten drauf. Mhm. Oskar, wenn ich jetzt sag, machst du Shift, Rechtsklick zu mir und ich geh raus. Verstanden. Verstanden. Kein Transmitter in Range. Na, ich hab nicht jetzt gesagt. Und jetzt kommst du nicht mehr raus. Oh. Hm. Äh, also einfach drauf. Ja. Hä, ich hab doch einen Transmitter hier. Sind sie bescheuert? Ja, da müssen Range Upgrades rein, damit du es vergrößern kannst. Ne, 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 Netzwerk-Karte passt dort noch rein. Netzwerk-Karte. Ja, es ist aber geile Musik im Hintergrund. Mhm. Ja, äh. Ja, gut. Ich hab einen Transmitter-Block gemacht, ich werd aber bestimmt noch den Wireless-Transmitter brauchen. Hm. Hm. Ja, stimmt. Der normale... Ja. Der normale Transmitter heißt einfach nur, dass du das System von einer Strecke Weiles zu einer anderen transferieren kannst. Okay, also ist das... Kann ich die Netzwerk-Karte da rausnehmen und das Ding abbauen? Ist der sinnlos? Fliegst du? Ja, du fliegst. Okay. Rennen. Im Kreisrennen. Einfach nur im Kreisrennen. So. Ah. Und das brauchen wir. Und da haben wir nicht mehr oben anpassen zu erstellen. So. Dann das Teil da drauf. Toll. Oder was ist das falsche Schlagestellte? Psching. Äh. Wireless-Grid. Genau. Das brauchen wir. Jetzt steh ich mir so eine Kackpflanze hierher. Ja. Ja. Gut, das geht also schon mal. Äh. Eins, vier, drei, vier, fünf, vier, 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 vier. Vielleicht mal vier Stücke erstellen. Wir haben ihn! Eins, zwei, drei, vier. Wir haben jetzt erstmal wegzure... Also ich hab jetzt erstmal wegzurenen. Ich bin gleich tot. Aber ich kann bei mir fliegen. Komm in die Base. Ja. Äh. Sechzehn Blöcke. Okay, da muss ich mal gucken, wie man das erweitern kann. Ja. Ich hab nämlich ein Geschenk für dich. Du hast ein Geschenk für mich? Hm, Gaia war gnädig. Ich hab halbes Herz. Gaia war gnädig. Gaia war gnädig. Ja, es hätte sein können, dass du auch das Ding hier nicht bekommst. Ice of Raid. Sorry, round two. Leceptor. Ja, du hast genug Schaden im Kampf gemacht, dass du auch einen bekommen hast. Wenn du ihn rechts klickst, bekommst du einen random Relikt. Ich hab den Ring of Odin. Ich hab den Ring of Odin. Ich weiß nicht mehr, was der Ring of Odin machte. Also das sind nur gute Sachen. Ja. Davon kann ich nicht drauf gehen. Nein, kannst du nicht drauf gehen. Ich hab den Ring, äh, Ring of Odin. Mhm. Bringt da irgendwas? Äh, Ring of Odin. Ja. Was? Ich hab den Ring-Slog damit. Bonus-Leben. Echt? Ja. Erstmal Futter. Guck dir meine Lebensleiste oben an, dann weißt du, was ich meine. Doppeltes Leben haben wir jetzt. Ist nicht das genau das, was wir wollten? Wir haben halt das stärkste Relikt von allen Lungen bekommen. Wobei der Key of the Kings Law auch geil ist. Der ist eher bei Ehrgeiz zum Abfangen von anderen Leuten. Der hat 16 Blöcke Reich heute. Wie kannst du das erweitern? Äh, mit Range Upgrades. Wieso, wieso hat die Rüstung keine, äh, Haltbarkeit? Weil sie mit Strom aufgeladen wird. Ach und Ike, die hier darfst du haben. Was? Was ist denn das? Die kannst du nur auf einen Terras-Deal-Helm draufknallen. Äh, ja, soweit bin ich noch nicht. Die geben dir Bonus-Effekte auf den Helm, je nachdem was du draufknallst. Range Upgrade 4 Enderpera. 4? Wurde ich jetzt noch irgendwelche, äh, Boni auf die Rüstung draufzuknallen? Äh, ja. 4? Irgendwelche Upgrades? Ich würd dir empfehlen, warte, das was ich hier bei mir in der Kiste unten, äh, in der Ecke habe. Shield Capacity. Kann ich das nochmal so herstellen. Kannst du aber nur bis zum Wüffern, also Basic und Wüffern, die ersten beiden nur draufknallen. Wie hab ich jetzt gerade noch mehr häufiger Gaia zu machen? Äh, den können wir dann demnächst mal zusammen machen, äh, wenn ich morgen oder übermorgen eine neue Folge starte. Eine neue Aufnahme. Ist deine Rüstung wieder voll, Oscar? Ja. Also unten links die Anzeige, sind die alle wieder voll? Ja. Ach, wach, ach, wow. Jetzt lass uns das mal versuchen mit diesem Jetzt, dass das klappt. Mhm. Ike nicht fliegen. Nee. Aber hast du gehört? Im Notfall. Nee, ich muss grad nicht fliegen. Aber hast du gehört? Wir können morgen oder übermorgen auch mal zusammen den machen, den Gaia. Mh. 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 True. Du sagst. Nur bei, Oscar, du kannst eigentlich von vornherein reinkommen. Dann kriegst du nämlich auch noch ein Relekt. Okay. Wo, wo ist der? Da. So. Achtung auf den Skin, den er hat, wenn du, äh, in seiner Nähe bist. Das ist mein Skin. Nee, es ist mein Skin. Wey. Okay, das ist cool. Das ist immer der Skin des Spielers, der ihn anguckt. Kann es sein, dass er so einer der Endbosse in, äh, Botania ist? Es ist DER Endboss in Botania. Alter. Äh. So. Und wir können das gleiche spielen. Geht er hoch? Ist er hochgekommen? Noch nicht. So. Dann ist jetzt mein Schild down. Jetzt ist er oben. Oh. Ja. Oh. Irgendwie muss ich das, äh, verändern, dass mein Schild sich schnell da wieder auflädt. Äh. In dem Kampf wirst du dein Schild nicht schnell genug wieder aufgeladen bekommen. Wie überlebst du das? Äh. Wir waren Upgrade, äh, das ist hier zwei Upgrade von Schild Capacity. Ich hab einfach ein großes Schild. Ich hab einfach ein großes Schild. Einfach alles jetzt töten, oder? Jetzt auf ihn wieder gehen. Ja. In der Zwischenphase, wo er oben ist, kann man ihm kein Damage machen. Da einfach die Mops töten. So weit es geht, äh, die er spawnt. Ich sterb gar nicht. Da war er tot. Fuck ich auch. Im Moment. Komm, du musst in den Kreis... Ja, warte. Leute. Leute. Ja.